Maria Magdalena Channeling von Lünn Labort, Kommentar zu Lektion 65 von den Kursen in Wundern und die Lektion lautet, meine einzige Funktion ist die, die Gott mir gab. Und lasst uns schauen, was Magdalena heute für uns hat. Ich grüße euch, Geliebte. Es gibt in diesem Bereich tatsächlich eine Dualität, die hier existiert, eine Dualität, die besagt und dass wir wirklich verstehen und wissen, was unsere Funktion ist, was unsere Bestimmung ist. Und wir sind diese Bedeutungs-Mach-Maschinen geworden, die sagen, dass das Bedeutung hat und dass das eine Wichtigkeit hat und dass das echt ist. Und wir bringen alle Fragen von Gedanken und Emotionen und Überzeugung, um zu beweisen, um unseren Standpunkt zu beweisen. Und das ist nicht in der Übereinstimmung mit unserer wahren Funktion. Unsere wahre Funktion, die Gott uns gegeben hat, ist zu vergeben. Wenn ihr euch erlaubt, die Myriaden von Gedanken zu sehen, die durch euren Geist in eurem Geist spielen, dann seht ihr, dass ein Spiel im Gange ist, wenn ihr so wollt. Und ihr werdet sehen, dass da ein Aspekt des Selbst ist, der den Geist erlaubt hat, in Gedanken verwickelt zu sein, wie Ärger, Rache, Traurigkeit, Einsamkeit, Ablenkung, Trauer, Angst, Schmerz und Verlust. Und sehr, sehr subtil, aber bestimmt. Und stattdessen lasst euren Geist abgewendet werden, hin zum Heiligen Geist. Dem Heiligen Geist und dem Heiligen Willen, den ihr in euch habt. Erlaubt eurem Geist in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes zu sein. Und der Liebe Gottes und dem Herzen Gottes und dem Geist Gottes. Dieser Aspekt des Selbst scheint tatsächlich wie ein Geist zu sein, durch den Griff des Egos über die Seele. Die Schönheit in diesen Lektionen ist, dass der Wille in jedem Wesen, den jedes Wesen hat und den jedes Wesen nutzt, dass den Kurs und die Richtung des Geistes wählt, und dass ihr die Fähigkeit und die Kapazität habt, den Willen Gottes zu wählen. Wenn ihr euch selbst erlaubt, euch mit dem Aspekt des Selbst zu verbinden, der nur Liebe ist und der nur Licht ist, und dann lebt ihr tatsächlich eure Funktion. Und das ist die, die Gott euch gegeben hat. Und dann in dem Moment der Vergebung ist da eine Verschiebung, etwas dreht sich, ihr wendet euch vom Ego-Geist ab und ihr wendet euch dem Geist Gottes zu. Und da ist Freiheit, Solche Freiheit, solche Liebe, dass eine sanfte Natur, die über euch kommt, eine Zärtlichkeit, wenn ihr so wollt, Sanftheit, und es wird erreicht, dadurch tief zu atmen und haltet inne für einen Moment, Geliebte. Haltet lange genug inne, um euch zu erinnern, und dass das, wovon ihr glaubtet, dass es eure Wahrheit ist und dass es das nicht ist. Ihr hattet nur vergessen. Ihr hattet das nur vergessen. Und erlaubt euch selbst, zu erwachen und geweckt zu werden und euch zu erinnern, dass es nur einen Moment braucht, es braucht nur einen Atemzug, um zu sagen, erlaube mir diese Situation und dieses Wesen oder dieses Objekt anders zu sehen, als ich es getan habe. Erlaube mir, das Licht zu sehen, erlaube mir, die Liebe zu sehen, die eine Reflektion meines Selbstes ist. Erlaube mir, die Wahrheit zu sehen. Und in diesem Moment ist das, was ihr euch selbst damit verleiht, ist dieser göttliche Zustand des Seins. und dann dient ihr, dient ihr wirklich eurer Funktion als das Licht der Welt und ihr dient wirklich der Funktion, die Gott euch gegeben hat. Und das ist für alle erreichbar. Ja, es braucht dieses Geistestraining wirklich. Und wenn ihr euch erlaubt, euch treiben zu lassen und die Gedanken zu sehen, die vorbeiziehen, und dann werdet ihr von ihnen losgelöst, Geliebte. Und sie erscheinen dann wirklich buchstäblich wie Wolken im Himmel. Und worauf ihr euch stattdessen beginnt zu fokussieren, ist der blaue Himmel, das Licht, die Wahrheit eures Wesens. Und wenn ihr beginnt, das in euch selbst zu sehen, dann werdet ihr es auch wirklich in anderen sehen. Und dann kommt ein Moment, Geliebte, und dieser Moment ist wirklich göttlich, wo alle Illusionen vor ihren Augen verblassen. Und dann erwacht ihr und ihr werdet sagen, oh ja, jetzt erinnere ich mich. Das wird tatsächlich eine Geschichte zum Erzählen sein. Und dann wird es eine blasse Erinnerung. Also Geliebte, verleiht euch heute selbst die Liebe, mit der euch Gott erschaffen hat. die Liebe, die ihr seid und wisst, dass wir immer zu eurer Führung da sind. Und unser Segen geht mit euch, Geliebte, und wir werden wieder mit euch sprechen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.